Ja, die heutigen Tagesthemen sind diese nachher. Und dann schauen wir uns kurz das Tagesbild an. Das muss wohl ein bisschen tiefer, denke ich. So, ja, ich glaube, so können wir es lassen. Dann fangen wir wieder an. Sozusagen unser Gruß an die Rechts- und Linkskriminellen, die manchmal sich auch zu unseren Sendungen verirren. Also ein paar Kommentare. Vielen Dank, unbedingt verteilen. Sollten alle Menschen sehen, finde den Ansatz sehr interessant, also den Ansatz der nextscientistsforfuture.de. Genial, ich bin auch dabei. In diesem Sinne gutes Video mit lehrreichen Inhalten. Ja, lassen wir es mal wieder gut sein. Also, liebe Links- und Rechtskriminelle, die vernünftigen Menschen finden Gutes an den nextscientistsforfuture.de. So, dann geht es weiter mit den Kurznachrichten zum Tagesbild. Hans-Professor Hans-Werner Sinn, da gleicht er sich doch mit Dr. Markus Krall. Beide wischen irgendwie immer die Schädlichkeit der sozialen Marktwirtschaft weg. Mit dem Blick auf die DDR, auf die Sowjetunion und Dr. Krall geht noch so weit, dass er diese Pseudo-Sozialismen, Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus und Pseudo-Planwirtschaft, dass er die für die einzige andere Gesellschaftsform hält. Also, das ist auch schon wissenschaftlich eben nicht redlich sozusagen, dass man so tut, als gäbe es nur zwei mögliche Gesellschaftsmodelle. Soziale Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus und dann gäbe es nur diese Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus, Pseudo-Planwirtschaft. Ja, also schon als Wissenschaftler muss man immer offen sein dafür, dass wir eben was Besseres, Neues entwickeln sollten. Wenn man schon eben alles ignoriert, was vom Weltrat und den next scientists for future kommt, nämlich da ist ja das neue große Weltkonzept. Und das zu ignorieren, ist eben schon auch eine antiwissenschaftliche Leistung sozusagen, dass man einfach das ignoriert, dass es ein neues Weltkonzept gibt. Und das ist das, der next scientists for future.de. Ja, und Professor Hans-Werner Sinn besonders, natürlich auch Dr. Krall, beide übersehen sie die Konsumsucht, ja, die Konsumsucht durch die soziale Marktwirtschaft. Und das ist dann eben auch sozusagen das Problem. Denn wenn man die Konsumsucht übersieht, dann übersieht man eben alles Wesentliche, nämlich die Lebenszerstörung durch die soziale Marktwirtschaft. Und deswegen ist sich Professor Sinn, ja, sind seine Ideen eben, Professor Hans-Werner Sinn, seine Ideen sind gefährlich, Dr. Markus Kralls Ideen sind gefährlich, natürlich auch die aller anderen hier, weil sie uns quasi mit solchen einfachen Denkfehlern wie, es gibt nur soziale Marktwirtschaft und oder beziehungsweise Kapitalismus und es gibt diese Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus, Pseudo-Planwirtschaft. Dabei redet davon niemand mehr. Wer vernünftig ist, für den ist das Kapitel Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus und so weiter abgehakt. Die Frage ist doch nur, was gibt es Neues, Besseres, Anderes, ja. Und da versperren diese Personen den Blick dafür, indem sie sozusagen die Welt so darstellen, als gäbe es nur diese zwei Konzepte und als gäbe es letztendlich, und die Next Scientists for Future haben ja bewiesen, dass es eben längst ein drittes großes Konzept gibt und eventuell könnte man ja auch von Hans-Werner Sinn erwarten, dass er auch die Gemeinwohlökonomie noch als viertes Konzept, also Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, GWÖ, noch als viertes Konzept in die Diskussion mit reinzieht. Außerdem gibt es dann noch diese auch nicht besonders fundierten, aber die Konzepte sogenannter Bürgerräte, geloste oder nicht geloste Bürgerversammlungen und so weiter und Volksabstimmungen zur Demokratieverbesserung, das sind ja auch durchaus Konzepte, die also neue Gesellschaftsordnungen bedeuten würden, ja, aber die werden einfach ignoriert, die werden einfach weggewischt, sozusagen, so nach dem Motto, ich halte die Hand vor Augen und sehe nichts, ne, Schluck Wasser. So, dann andere Kurznachrichten, es war also auch wieder, wurde berichtet überall, über die Todesursache Umweltverschmutzung, ja, und das nochmal zur Erinnerung, ja, das ist ja wirklich so, dass nur über das Konzept der Next Scientists for Future, also über Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere Steuerelemente, wird die Wirtschaft gezwungen, die Umwelt so sauber zu machen, dass wir eben nicht mehr an Umweltverschmutzung sterben oder an Umweltfaktoren frühzeitig sterben müssen, sozusagen, ja, also die Wirtschaft muss gelenkt werden, Politik und Wirtschaft müssen in den Dienst der Menschen gelenkt werden, in den Dienst aller Menschen gelenkt werden, in den Dienst der Milliardäre, aber auch in den Dienst der Ärmsten, ja, also, das heißt, alle, alle Menschen in den Dienst aller Menschen werden Politik und Wirtschaft gelenkt, durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, ne, dann sind die Professoren Schrappe und Gleske, die ja schon aufgetaucht waren, ich hatte ja mit Professor Schrappe telefoniert, die sind sogar im ZDF berichtet worden, mit ihrer Nachdenklichkeit zu Corona, hört, hört, Sensation, ne, interessant, ja, dann, und Österreich hat sich geäußert zur Alterseinsamkeit und dann schauen wir uns doch mal an, was soziale Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus, was die, wie die unser Leben zerstören und warum sie die Todesursache Einsamkeit und Alterseinsamkeit, warum die diese provozieren und bewirken, ja, und wie sie das bewirken, ja, also, ja, also, vor 400.000 Jahren lebten wir wohl wahrscheinlich alle so ähnlich wie die Bonobos im Bonobo-Kommunismus, waren also sozial total eingebunden in Liebe, Wärme, Herzlichkeit, Miteinander, Kooperation und so weiter und waren damit sozusagen vor jeglicher Form von Einsamkeit und Alterseinsamkeit zuverlässig geschützt, ja, und, denn Einsamkeit ist auch, ist eigentlich wahrscheinlich sogar die Haupttodesursache, Schluck Wasser, weil die Einsamkeit eben auch der Hintergrundfaktor ist und der Mangel an Liebe und Wärme und Zärtlichkeit und Sexualität, ja, der Hintergrund ist für alle Formen der Suchterscheinungen und Alkohol, Zigaretten, Drogen, Medikamente und so weiter und damit, also, sozusagen steht eigentlich Einsamkeit als die Hintergrundtodesursache für alle anderen Todesursachen, denn wie viele Leute haben sich durch Esssucht nach ungesunden Geschmacksdrogen der Industrienahrung sozusagen, wie viel Prozent haben sich durch Einsamkeit im Hintergrund den Krebs angefressen sozusagen, ja, das ist so, oder die Herzprobleme angefressen und so weiter, ja, also insofern ist Einsamkeit die Hintergrundtodesursache für fast, für ganz vieles andere, ja, und wie hat jetzt also nun freier Markt, also soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus, also eigentlich ist es freier Markt und freie Arbeitsteilung, wie hat der jetzt genau dieses glückliche, diesen glücklichen Bonovo-kommunistischen Lebensstil zerstört, ja, und zwar dadurch, dass eben das Naturgesetz von Mutation und Selektion eben schon gilt, insofern, dass jeder Frühhändler oder Früharzt, also hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler, der irrt sich nicht, der bejaht sozusagen und bejaht den natürlichen Lebensstil auch im Bonovo-Kommunismus und hier haben wir dann den ersten Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der sagt dann solche Dinge wie, nein, ist das eklig, euer ständiges Geschmuse in eurem Bonovo-Kommunismus, diese ständige Umarmen, dieser ständige Sex und ist das ekelhaft und widerlich und so weiter, nein, ein Mann, es darf nur die Kleinfamilie geben, ein Mann, eine Frau, ein paar Kinder, alles andere ist eklig, widerwärtig, krankmachend und schlecht und so weiter, ja, und so redet dieser Früharzt und Frühhändler den Menschen sozusagen ihren Bonovo-Kommunismus weg, die Leute bekommen Angst und unterlassen das Ganze und so weiter und dadurch werden die Menschen jetzt ständig krank, fangen an sich, dann sagt er auch noch, dass die Leute sich auch ruhig von der denaturierten Kunstnahrung ernähren können, das sei genauso gesund, das spiele keine Rolle, denn gefährlich seien ja nur die übermächtigen und allmächtigen winzigen Tierchen, die man später Viren und so weiter nennt, die seien total gefährlich, alles andere spiele keine Rolle, spiele keine Rolle, ob man einsam ist oder wie die Ernährung ist oder wie der Lebensstil ist, also sozusagen dieser ekelhafte Bonovo-Kommunismus, dieses Geschmuse, dieser ganze Sex, der muss weg, der kann weg und da er das wirklich glaubt, da dieser Früharzt und Frühhändler das wirklich glaubt, ist er sich ja auch keiner schuldbewusst, aber er redet quasi den Menschen diese liebevolle, nicht einsame Lebensweise weg und beschädigt also deren Freiheit, indem er unterdrückerische Gedanken und Angstgedanken in die Welt setzt und die Leute leben deswegen, ernähren sich unnatürlich, leben unnatürlich, geben ihren Bonobo-Kommunismus auf, werden kränklich und kaufen ihm ganz viele seiner Behandlungen, Impfungen, Tests und alles ab sozusagen. Dadurch kann er hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Bieler und Lauterbach und seine vorteilbringenden Irrtümer, also die Irrtümer, die sich jetzt also quasi unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung als vorteilbringend erwiesen haben, diese breiten sich mit dem beruflichen Erfolg aus und werden sozusagen zu Lehrinhalten des Medizinstudiums, ja, und zwar manches ausgesprochen und manches nur im Hintergrund ganz dezent, so als Hintergrund, Grundideen des Denkens auch im Medizinstudium, ja, und so ist sozusagen freie, soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus, genauer gesagt freier Markt und freie Arbeitsteilung haben unser Glück zerstört, haben uns alle in eine relative Einsamkeit, in einen relativen Liebesmangel gestürzt, unser aller Leben zerstört, haben uns, ich will es jetzt nicht ausführlich erklären, haben uns dann auch noch Kriege gebracht, aktiv und so weiter, also alles, was unser Leben unglücklich macht und zerstört und das zwar massenhaft und so, das ist alles durch freien Markt und freie Arbeitsteilung gekommen, ja, und gerade deswegen sind eben hier unsere, sind, deswegen sind Gräben das eben für uns alles gefährliche Ideen, weil Markus Krall und Hans-Werner Sinn den Denkraum begrenzen, als gäbe es nur Pseudokommunismus und als hätte es den Bonobo-Kommunismus nie gegeben oder es könnte ihn nie geben, also sie haben nur ein Denkmodell sozusagen, es gibt nur soziale Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus, Markus Krall erwähnt ja, verwendet eher das Wort Kapitalismus, Hans-Werner Sinn sagt, naja, Kapitalismus ist nur eine Spielart der Marktwirtschaft und letztendlich befürwortet er eben die soziale Marktwirtschaft und aber beide haben ihren Denkraum sozusagen beendet, so es gibt nur diese beiden, ja, nur Pseudokommunismus und soziale Marktwirtschaft und alles andere gibt es nicht und davor verschließen wir die Augen und deswegen sind deren Ideen so gefährlich, weil sie den Denkraum verschließen vor den neuen, großen neuen Wegen, wie gesagt, wir kritisieren ja sehr viel auch die Denkfehler, die in der Gemeinwohlökonomie stecken, aber es gibt diesen neuen Denkweg und man sollte darüber sprechen, wenn man sozusagen Wissenschaftler sein will und man sollte über die Next Scientist for Future, also wenn man über die Gemeinwohlökonomie nicht sprechen will, weil sie einem zu viele Fehler beinhaltet, dann muss man aber wenigstens über die Next Scientist for Future.de Konzeption sprechen, weil dort eben diese Denkfehler der Gemeinwohlökonomie ja nicht drin sind, ne, aber genau dieser beengte Denkraum ist das, was diese Ansätze für uns alle so gefährlichen Ideen macht, weil es so den Anschein erweckt, als gäbe es keinen Ausweg, ja. Und bei Nico Pech ist das wiederum anders, er sagt so quasi, ja, als ob die Menschheit irgendwie Genügsamkeit lernen müsse und Suffizienz und ja, und dass sie also sozusagen ihren Gesamtverbrauch der Erde senken müsse, aber er hat kein klares Konzept zur Bevölkerungsreduktion, er hat kein klares Konzept, wie denn suchtkranke Menschen, wie denn konsumsüchtige Menschen, Heroinsüchtige, Alkoholsüchtige, Zigarettensüchtige, Esssüchtige, wirklich einfach so Genügsamkeit schaffen können, wenn sogar ich als extrem aufgeklärter Mensch es nicht schaffe, sozusagen die Esssucht so in den Griff zu kriegen, dass ich wirklich, ja, ich habe ja immer noch mein Arbeitsziel, Bauchumfang für Männer 94 Zentimeter, nur darunter liegt der Bereich der Gesundheit und ich schaffe es im Moment nicht, ja, weil eben wir alle und sogar als jemand, der sich total darin auskennt, schaffe ich es nicht, ganz jeglicher Variante der Sucht, nämlich der Esssucht, gesunde Sachen, etwas zu viel zu essen, der schaffe ich, da komme ich nicht im Moment gegen an, ich hoffe, dass ich es bald schaffe, ne. Aber das heißt also, Nico Pechs Konzeption und Vorstellung, auf diesem Wege ein Postwachstum und ein Degrowth zu erreichen, ist der falsche. Wir müssen, der Weg der Next Scientist for Future ist der richtige, nämlich über, über, hier, Korrektur durch. Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten, führt dazu, dass das, was vorher als vorteilbringender Irrtum sich ausgebreitet hat, schlagartig verschwindet, weil diese vorteilbringenden Irrtümer sich als nachteilbringende Irrtümer dann erweisen würden und die nachteilbringenden Wahrheiten werden an die Stelle gerückt und werden sich dann als vorteilbringende Wahrheiten erweisen und die nextscientistforfuture.de bringen jedem Händler und jedem Arzt sozusagen in aller Kürze sozusagen die dann vorteilbringenden Wahrheiten bei und dann wird es sofort einen schlagartig, einen drastischen Wandel geben, weil jeder Arzt dann weiß, dass er nur noch an den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten seiner Kunden gemessen wird und er deswegen nur noch ein Ziel haben muss, Krankheiten verhindern, Gesundheit fördern und dann baut er sozusagen eine Hausarzt, wird es Hausarzt und Hausarztersatz-Gesundheitskommunen geben sozusagen, in denen die Ärzte versuchen, den Menschen einen gesunden Lebensstil nahe zu bringen und manche werden dann auch so den Leuten den Tipp geben, versucht es doch mal mit einer Lebensform Bonobo-Kommunismus, wo dann die Einsamkeit für alle weg ist und so weiter. Ja, und so ist also das Konzept der Next Scientists for Future das große Weltheilungskonzept, wie wir die Menschheit heilen können von den Schäden, die sie und befreien können von den Schäden, die sie durch freien Markt und freie Arbeitsteilung erlitten haben. Und ja, das ist der Lösungsweg. So, und dadurch, dass dann die Menschen also hier wieder glücklich leben dürfen, dadurch geht dann die Konsumsucht drastisch zurück und wenn dann mit dem Konzept der Next Scientists for Future auch noch die Bevölkerungsreduktion sanft anläuft sozusagen, kommen wir raus aus der Überlastung der Erde sozusagen und damit hätten wir dann das Problem doch gelöst. Ja, also Nico Pechs Konzept, unausgereift und reicht nicht aus, zu viele Denkfehler drin, kein klares Konzept, wie man aus der Konsumsucht, der Drogensucht, der Alkoholsucht, der Medizin-, Medikamentensucht und so weiter, die Menschen wirklich befreit, da ist kein klares Konzept. Ja, also sozusagen Postwachstum und Drogs können nur die Next Scientists for Future richtig und wie gesagt, wenn, dann sollte man auch über die Gemeinwohlökonomie diskutieren, aber dann ist so wahrscheinlich dann auch wirklich Schluss. Ja, dann haben wir, ja, also wir sollten also den großen Streit führen, soziale Marktwirtschaft oder Gemeinwohlökonomie oder nextscientistsforfuture.de. Ja, das sind die drei Weltkonzepte, die man jetzt diskutieren sollte. Gerne kann man noch als viertes dazu nehmen, Bürgerräte, geloste oder nicht geloste Bürgerversammlungen und Volksentscheide oder Demokratisierungskonzept, nextscientistsforfuture oder Gemeinwohlökonomiedemokratisierungskonzept. Das ist der Denkraum. Diese vier, ja, sollte man diskutieren, diese vier Ebenen. Ja, das ist das, was man tun sollte. Ja, und Attila Hildmann und KenFM stehen eben dafür, für dafür, dass man ja eigentlich leidet und total frustriert ist und total gefrustet ist durch die ganze Schädlichkeit der sozialen Marktwirtschaft und die Lebenszerstörung der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus, der ja laut Hans-Professor Hans-Werner Sinn nur eine kleine Spielart der Marktwirtschaft ist. Und sozusagen letztendlich sozusagen der Fehler ist, dass man dem Frust sozusagen animistisch immer so sagt, so wie früher die Menschen animistisch sozusagen sagten, wenn es donnert, dann steckt da irgendwie ein Donnerwesen dahinter, später ein Donnergott oder was auch immer, ja. Diese Vorstellung immer müsse hinter etwas Schlechtem nicht ein Systemfehler stecken, sondern es müssten böse Menschen dahinter stecken. Und das ist eben, da betritt man den Bereich der Verschwörungstheorien. Ohne Beweise zu haben, unterstellt man anderen Menschen böse Pläne, kriminelle Absichten und so weiter, kommt in die Nähe dem Bereich der beweislosen Verdächtigung. Also bitte lieber Ken Jebsen und lieber Attila Hildmann, lassen wir uns über gesunde Ernährung unterhalten, aber kritisieren wir das System soziale Marktwirtschaft, ja. Kritisieren wir das System, gucken wir, was Gemeinwohlökonomie, Next Scientist for Future und Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksabstimmungen, Demokratisierungskonzepte, wie sie das System verbessern können. Aber unterstellen wir nicht, dass alle möglichen Leute jetzt hier kriminelle Pläne hätten, ja. Allein der Systemfehler soziale Marktwirtschaft, also in dem die Hauptsystemfehler stecken, freier Markt und freie Arbeitsteilung, sozusagen entstanden aus der Erfindung von Tausch und dann Tauschhandel entstanden, freier Markt und freie Arbeitsteilung. Und das ist das Schlüsselproblem, das systemische Problem der Menschheit. Und bitte kommen wir weg von der Personifizierung, von der Beschuldigung und Unterstellung krimineller Absichten von einzelnen Personen, kommen wir zur Systemkritik. Ja, ich glaube, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.